Die Belvedere-Schlösser wurden Anfang des 18. Jahrhunderts von dem berühmten Barock-Architekten Johann Lukas von Hildebrandt als Sommerresidenz für Prinz Eugen von Savoyen erbaut. Das Schlossensemble, bestehend aus dem oberen und dem unteren Belvedere mit Orangerie und Prunkstall, sowie einem weitläufigen Garten, zählt zu den schönsten barocken Bauwerken Europas und gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Der Plan zum Bau des oberen Belvedere in seiner heutigen Form ersetzte die primäre Idee einer Gloriette mit schönem Blick über die Stadt. Die Bauarbeiten fanden von 1717 bis 1723 statt. Die Saaler Terrena oder Erdgeschosshalle wird durch vier mächtige Atlanten dominiert, die das reich stuckierte Deckengewölbe des Raumes stützen. Im Winter 1732-33 war die Decke des ursprünglich einheitlichen Gewölbes eingebrochen, sodass der Einbau der vier Stützen nötig geworden war. Die Saaler Terrena öffnet sich zur Gartenseite des oberen Belvedere und leitet zur Prunkstiege über. Sie ist Gartensaal und Vestibül in einem. Das obere Belvedere hatte zu Zeiten des Prinzen vornehmlich repräsentative Funktion und diente nach seinem Tod ab 1781 als kaiserliche Gemäldegalerie. Zu diesem Zweck wurden die Gemälde aus der Stallburg in das obere Belvedere gebracht, wo sie eingeschränkt der Öffentlichkeit zugänglich waren. Zur Biedermeierzeit war das Belvedere nicht allein als Museum beliebt, sondern war auch ein Ort verschiedenster Veranstaltungen, von Feuerwerken über Zirkusdarbietungen bis zu Schaufahrten von Eskimos. Im Winter diente der Teich als Eislaufplatz. Der ursprüngliche Haupteingang befand sich an der Südseite des oberen Belvedere, kenntlich durch die Auffahrtrampen. Von dort konnte der Gast direkt über die Prunkstiege zum Hauptgeschoss des Schlosses aufsteigen. Auch von der Sala Terena aus ist die Prunkstiege der Aufgang zum Obergeschoss. Wände und Decken der Prunkstiege sind mit reichen Stuckarbeiten verziert, wobei die beiden großen figürlichen Szenen an den Seitenwänden auf die tugenden antiker Heerführer als Identifikationsfiguren für Prinz Eugen hinweisen. Der prächtigste Saal der Sommerresidenz ist der Marmorsaal im oberen Belvedere. Der von der Scheinarchitektur freigegebene Himmel zeigt ein das Haus Savoyen glorifizierendes Fresco von Carlone. Geschickt ist die Anbringung großer Spiegel, die das Deckengemälde so wiedergeben, als blicke man auf der Südseite ebenfalls in einen realen Himmel. Tatsächlich verbirgt sich dort ein Orchestergang. Heinitz von Heinzenthal führte 1723 die Porträts der im Besitz des Prinzen befindlichen Tiere und Pflanzen aus. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 1848 wurde der Belvederpark zum Militärlager der Mobilgarde, die gegen die kaiserlichen Truppen kämpfte. Der damalige Direktor Johann Peter Kraft führte anschließend umfangreiche Restaurierungsarbeiten an der barocken Bausubstanz durch und schuf die heutigen Zugänge zu der Schlossanlage. Musik 1891 wurde die kaiserliche Gemäldesammlung aus dem Belveder in das damals jüngst eröffnete Kunsthistorische Museum verlegt. Musik Ab 1897 wurde das obere Belveder nach Plänen des Architekten Emil von Förster für den österreichischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand umgebaut und modernisiert, sodass die kaiserliche Familie ab 1899 hier wohnen konnte. Nach der Ermordung des Thronfolgers und seiner Frau in Sarajevo stand das Schloss leer. Musik 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 Amen. Amen. 1919 ging das Belvedere in den Besitz der Republik Österreich über und wurde sukzessive als Museum adaptiert. 1944 und 1945 kam es bei Luftangriffen zu schweren Schäden in beiden Schlössern, die nach dem Krieg umsichtig restauriert wurden. Untertitelung des ZDF, 2020 Wichtigstes Ereignis der Nachkriegsgeschichte ist die feierliche Unterzeichnung des Staatsvertrages am 15. Mai 1955 im Marmorsaal des Oberen Belvedere, wodurch die Souveränität Österreichs wiederhergestellt wurde. Der Marmorsaal ist der zentrale Prunkraum des Oberen Belvedere und öffentlich zugänglich. Musik 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 Der Schlossgarten wurde vom kurbayerischen Gartenarchitekten Dominic Girard entworfen. Ausgehend vom unteren Belvedere entwickelt sich die barocke Gartenkomposition entlang einer zentralen Mittelachse streng symmetrisch hin zum repräsentativen oberen Belvedere. Stereometrisch gestaltete Bäume und Hellenbäume Becken, Skulpturen und Wasserspiele gehören zur Ausstattung des nach französischem Vorbild erbauten Gartens. Neben der heute noch erhaltenen Orangerie befanden sich eine Volière und eine Menagerie. Musik 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 Die Bauarbeiten des unteren Belvedere, das als Gartenpalais geplant war, dauerten von 1750 Jahren. Der Zugang führt am Rennweg durch das Wappen und Initialen geschmückte Mitteltor in den Ehrenhof und von dort in den Marmorsaal. Musik Die Funktion des unteren Belvedere war die eines Wohnschlosses, während das obere Belvedere repräsentativen Zwecken diente. Außerdem barg das untere Belvedere die Gemäldesammlung, die Bibliothek sowie die antiken Sammlung des Prinzen. Die Sammlungen wurden nach seinem Tod 1736 veräußert. Musik 1752 erwart Maria Theresia das Schloss, ohne es allerdings tatsächlich zu nutzen. Lediglich die kaiserliche Arsie an Leibgarde bezog ab 1764 bis zum Ende der Monarchie Teile des unteren Belvedere. Infolge der französischen Revolution diente das untere Belvedere kurze Zeit als kaiserliche Residenz. Musik Musik Zwischen 1899 und 1914 lebte Erzherzog Franz Ferdinand mit seiner Familie im oberen Belvedere und brachte im unteren Belvedere nur die Militärkanzlei unter. Musik Der zweistöckige Marmorsaal des unteren Belvedere demonstriert Macht und Reichtum des Hausherrn. Die Wandgliederung ist der Triumphbogenarchitektur entlehnt und verweist mit Kriegstrophäen und Gefangenen auf Eugen als kaiserlicher Oberbefehlshaber. Die ovalen Gipsmedaillons mit Szenen aus dem Leben Apolls heben seine schöngeistige Seite hervor. Das Deckenfresko von Martino Altomonte zeigt Apoll im Sonnenwagen. Eugen bekommt als nackter Heros von Merkur eine Auszeichnung als Retter des Christentums überreicht. Musik Der grotesken Saal war ursprünglich von der Gartenseite her zugänglich. Entsprechend der barocken Pavillongestaltung wurden Wände und Decken komplett bemalt. Diese Arbeit übernahm der auf grotesken Malerei spezialisierte Jonas Trendwett aus Augsburg. Musik Mythologische Darstellungen beziehen sich auf die gesellschaftlichen Funktionen des Prinzen als Kriegsherr und Mäzen. Das Deckenfresko zeigt die vier Jahreszeiten und die vier Elemente. Beide Themenkreise symbolisieren den Kreislauf der Natur. Musik 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 Amen.